Freunde, das einzig wahre Abenteuer ist wieder zurück. Toshi, warum war es so lange Stille hier? Ja, das erzähle ich euch heute Stück für Stück, denn ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du ein Spiel aufmachst, was so grafisch und auch vom Gameplay einfach funktioniert. Wie viel Essen wir haben? Was will ich denn mit all dem Essen? Habe ich irgendwas gesagt? Will ich ein neues Dorf aufmachen? Ne ne, bringen wir erstmal das Essen weg. So viel braucht kein Mensch. Auch weißt du was, wenn wir eh schon mal mit dem Essen rumlaufen. Ein Fläumchen auf die Hand, das geht immer. Schönes süßes Fläumchen. Das belebt Geist und Seele. So Freunde, Wild West Dynasty war ein voller Fehlschlag. Anders kann ich das nicht sagen. Wild West Dynasty hat unglaubliches Potenzial. Das Spiel kann so großartig werden. Doch noch haben die Entwickler das Potenzial nicht ausgeschöpft und wir haben das Projekt erstmal auf Eis gelegt bis zu dem Tag, an dem es reibungslos funktioniert. Der Bug mit dem Pferd hat mir einfach den Rest gegeben und jetzt bin ich froh wieder hier in dieser kleinen geschmeidigen funktionierenden Welt zu sein. Aber ich habe das Gefühl, die ganze Welt ist so ein bisschen langsamer geworden. Irgendwie langsam der kehrt, mitten in der Luft. Und dann hast du am prasselnden Feuer. Oh du, du fauler Hund, du. Was machst du denn da? Hä? Üps ja, Boy. Wer auch immer dir so einen Namen gegeben hat. Der hat es gut gemeint. Pass auf du, ich beobachte dich. Wenn ich arbeite, gehst du in die Mine. So. Wir noch hier mit Pause und Ruhe. Das Leben ist zurück, Freunde. Das Leben ist zurück. Ich habe eine neue Idee für ein Projekt. Ein neues Projekt. Das wird euch gefallen. Ich habe so ein gutes Gefühl dabei. Ein sehr gutes Gefühl. So. Wir wollten Vorbereitung machen, weil wir zum Ende von dieser Staffel nochmal ein Video machen wollten. Und zwar ein Video, um zu zeigen, wie cool diese Staffel war. Wir haben schöne Momente, traurige Momente, fröhliche Momente. Wir haben gelacht, geweint. Manchmal waren wir wütend. Manchmal haben wir die Leute angepöbelt, sie sollen arbeiten. Ach, ihr kennt das ja. Das gute Leben. Und heute, heute wollen wir weitermachen in der Vorbereitung, damit wir jetzt endlich diese Staffel auch mal zu Ende bringen können. Toshi, wird es eine neue Staffel geben? Boah. Keine Ahnung. Also, was ich jetzt sage, wäre gelogen. Ich weiß es nicht. Wird es eine neue Staffel geben? Wird es was Neues bei Medieval Dynasty geben? Das ist so die wichtigere Frage. Wisst ihr? Was bringt mir denn eine neue Staffel Nummer 5, wenn es nichts Neues zum Entdecken mehr gibt? Ich meine, guckt euch diese Stadt an, dieses Dorf. Es ist ein einziger Traum. Ich würde real life gerne in diesem Dorf wohnen. Würde mich dann manchmal hier hoch bemühen. Auf die Aussichtsplattform mit der schwebenden Bank. Und dann würde ich mich einfach nur da hinsetzen und die nebelige Aussicht genießen. Der lebendige Marktplatz, wo kein Mensch ist. An manchen Tagen kann man sogar sehen, wie einzelne Personen hier lang laufen. Achso, die haben alle Freizeit, ne? Ist doch noch früher am Tag. Ne, später am Nachmittag. Was haben wir denn? Früher am Nachmittag oder später am Tag? Früher am Nachmittag. Oh, ich habe Schulden. Ne. 8000. Achja, die Welt wird auch nicht günstiger. 17 Jahre sind wir schon dabei. Das ist das längste Medieval Dynasty Let's Play, das wir haben. Tag 1, 17 Uhr. Früher am Nachmittag, die Leute haben Feierabend. 17 Uhr 43. Normal arbeite ich noch um die Zeit. Lasst uns das mal genießen. Guck, da hinten spielen die Kinder. Man sieht es am Tor. Ein bisschen Ruhe. Das tut mir jetzt gut. Das tut mir wirklich gut. Das glaube ich habe ich gebraucht. Ein paar Kühe. Ach, es werden immer mehr. Guck mal, das erste Kalb. Immer mehr Kühe. Tja, willst du weiter? Das kann ich nicht verkaufen. So. Ah, ein Farm Simulator. Ja, das war es für uns. Ich habe das Gefühl, das könnte zu langweilig werden. Was mir gefällt ist, da müssen wir auch nochmal dran sein. Dass wir vielleicht nochmal eine neue Staffel aufbauen, wenn die Beta soweit ist. Ähm. Die Ventures. Weil wenn die Beta soweit ist, dann gibt es so viel zu entdecken. Es gibt Dungeons, wo wir dann in die Dungeons gehen und kämpfen. Und was weiß ich. Da war so viel krasses Zeug. Schon cool. Ach guck mal. Die Gänse haben kleine Küken gemacht. Kleine Küken. Oh. Ich kann jetzt Federn aus dem Nest sammeln. Ist das cool? Und ein Ei war da auch drin. Kommt bestimmt von der Gans. Von dem Genterisch. Der Ganta. Ganta. Ich erinnere mich an irgend so ein Anime Name. Ganta. Oh ja. Woher kommt mir das bekannt vor? Ganta. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Oh, ich habe das Gefühl, ich habe den 10 Jahren nicht mehr gehört. Oder 20. Ach ja. Menschen werden alt und vergesslich. Dekoriert haben wir hier schön. Also das gefällt mir richtig gut. Und mit der kleinen Wolf Figur. So. Noch ein paar Äpfel. Dann kriegst du wieder Äpfelwein. Der Äpfelwein. Warum habe ich den Sack mit? Na gut. Vielleicht weil ich ein Mann bin. So. Wo ist denn hier mein Gaul? Im geschenkten Gaul. Den schaut man stets ins Maul. Wo ist der denn? Gaul. Ah ja. Kürze. Lach mir nicht aus, Jung. Gar auch nichts dafür, dass der so langsam ist. Der lahmt halt. Was machen wir denn noch um diese Superschönen? Habt ihr noch eine Idee? Sind noch die Birnenbäume? Ich glaube hier sind wir soweit durch. Also hier unten kann man nicht mehr viel schöner machen. Dann haben wir hier den Weg. Das ist sowieso schön. Da kann man nicht mehr viel machen. Was schön ist, sollte man nicht noch verbessern. Das wird dann irgendwann hässlich. Die Felder sind auch okay. Könnte man jetzt nochmal hier so einen Zaun machen. Aber ich erinnere mich an die Kommentare, dass ich hier einen Kackhaufen einzäune. Also von daher. Oh, hier mit den neuen Hopfen. Sieht ganz gut aus. Die Zwiebeln sind am wachsen. Ach, es ist Sommer. Vielleicht sollten wir dann im Herbst so eine Aufnahme machen. Gucken, dass die Getreidefelder dann alle gewachsen sind. So. Sperrweitwurf. Haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht, ne? Also im Grunde nutzen wir heute eigentlich nur die Folge, um das ganze Dorf hier mal zu genießen. Wie lange ist es her, dass wir jetzt kein Made Evil Dynasty mehr gemacht haben? Zwei Wochen? Die Zeit vergeht wie im Fluch. Ich muss aber auch sagen, in so Spielen wie Made Evil Dynasty ist das Schönste an dem Spiel selber, dass wir von neu anfangen. Dieses du hast nichts und du baust dich langsam auf. Faktorium. Ich habe Faktorium nie durchgespielt. Ich habe es immer wieder angefangen, aber ich habe es nie durchgespielt. Warum? Weil mir einfach diese Anfangszeit gefällt. Dieses du hast nichts und dann musst du langsam was aufbauen und das gegen die einheiligen Aliens verteidigen. Und dann irgendwann bist du an dem Punkt, wo du dann mit deinen Panzern und deinen komischen Spinnen rumrennst und die Dörfer sich von alleine verteidigen und der Gegner kann dich gar nicht mehr attackieren. Und dann brauche ich das nicht mehr weiterspielen. Für mich ist das Spiel dann erledigt. Boah, das wäre geil, wenn der getroffen hätte. Äh, viel zu kurz. Ja, abgesoffen. Ist lange her, dass wir mit dem Speer getroffen haben. So, hier unten gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Wir könnten nochmal eine komplette Palisade da durchziehen. Durch den Lappen hier. Aber wollen wir echt nochmal eine gesamte Palisade hier durchziehen? Ich glaube, dass dieses Vordorf so schön ist, weil es gerade keine Palisade hat. Wir haben hinten den Wachtturm, den wir leicht eingezäunt haben. Da kann man vielleicht nochmal drüber reden. Die Palisade im Wachtturm ist da. Eigentlich muss man über nichts mehr reden. Ja, guck mal, der erste war viel zu... Wir waren alle nicht weit genug. Wir waren alle nicht weit genug, Freunde. Einer war doch ganz kurz. Wo ist der hin? Ah, hier. Da hätte ich ja fast jemanden getroffen. Ich muss aber auch sagen... Ähm... Wir haben auch lange keinen Schießwettbewerb mehr gemacht. Wir haben so vieles irgendwann mit der Zeit aufgegeben. Stück für Stück haben wir so ein bisschen gemacht. Aber ich will das jetzt mal weitermachen. Ich werde so einmal die Woche werden wir noch ein paar Folgen machen. Und werden dann einfach nur das Spiel ein bisschen genießen. Gucken wir, dass wir mal wieder reinkommen. Wir bereiten ein Konzept vor. Ich höre und freue mich schon auf eure Ideen. Ich möchte dieses Mal, dass ihr bei dem Video mitwirkt. Ich möchte eure Inspiration und eure Ideen hören. Was können wir machen, damit das ein schönes Sightseeing-Video war? War das alte Sightseeing-Video schon gut? Ihr könnt es euch gerne mal angucken. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr da besser gemacht hättet. Und wo ihr schon sagt, das war schon eine Bombe. Ihr merkt... Heute bin ich gar nicht so... ...so in ProQuest-Phase. Ich will einfach mal so mit euch ein bisschen Spaß haben und quatschen. Das habe ich vermisst. Ich muss sagen, eine Woche keine Videos. Aber momentan... Ich muss auch Zeit haben und in der Stimmung sein. Das ist leider so. Seht ihr, ich habe es immer noch drauf, Freunde. Aus der Entfernung müssen wir noch ein bisschen üben und anpassen. Aber ich habe es immer noch ein bisschen drauf. Ich habe alle getroffen, ne? Ne, drei. Wo ist der vierte? So. Was meint ihr? Ich will ein erstes Hallo sagen. Oder ist doch heute schön? Genau, wir gucken jetzt nochmal hier wegen den Fackeln. Können wir vielleicht bei Nacht hier das noch ein bisschen verbessern? Wo müssen noch Fackeln hin vom Lichtradius? Jetzt könnte ich den Gaul wieder gebrauchen. Okay, von hier sieht es mit den Fackeln eigentlich ganz gut aus. Fackeln geben ein bisschen Licht. Also lasst uns nicht lang fackeln und lasst uns wieder zurück in die Stadt reiten. Gott, meine Wortspiele waren früher besser, oder? Wo ist denn der... Ganz ehrlich, der Gaul war immer so schön schnell da. Und ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Aber dass das Vieh an Altersschwäche stirbt, bevor es bei mir ankommt, gefällt mir nicht. So, hier haben wir ja null an Beleuchtung. Das bedeutet, hier müssen wir in der nächsten Folge ein Beleuchtungskonzept reinbringen. Hier läuft man ja sich tot. So, ein Bote muss ganz schnell zu mir und dort was bringen. Ja, verloren. So, wie sieht es hier aus? Die Laternen? Okay. Okay. Wird auch besser sein, ne? Hier fehlen noch ein paar Laternen. Wir müssen noch mehr Laternen bauen. Dafür brauchen wir Wolle. Wie viel Wolle haben wir? Wir machen jetzt so einen Plan. Ist ja lange her, dass wir gespielt haben. Wir müssen uns ja irgendwo wieder sammeln. Also eins aus dem anderen. Machen wir erstmal einen Plan? Ach, keine Sorge. Ich bin wieder raus, bevor du hier oben bist. So. Wir haben Bretter. Wir haben Brennholz. Eisen haben wir. Wir haben Eisen. Das ist auch noch nicht auch vorgekommen. Holzschalen haben wir auch. Das ist gut. Wir haben Holz. Wie viel Holzsperre wir haben? Wahnsinn. Ähm. Leder haben wir. Leingarn und Leingarn. Au, aua, aua. Ich habe ein Mikro neu positioniert mit dem Schreibtisch. Jetzt aufpassen, dass ich mir das nicht ins Gesicht haue. So. Wenn ich mir meine Nase kratze. Kennt ihr das? Ihr sitzt dann da und dann juckt es auf einmal so in der Nase und ihr müsst einfach mal eine Nase kratzen. Steine haben wir auch. Stroh haben wir. Wir haben eigentlich alles. Haben wir auch Wolle? Wolle. Wollgarn und Wollte. Ja, safe. Okay. Wir können auf jeden Fall die ganze Stadt mit Laternen nächste Folge machen. Wir haben alles da. Stöcke, Steine, Wolle, Leder. Holzstämme. Ähm. Was fehlt jetzt noch? Das war es, ne? So, Freunde. Dann danke ich euch für das Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Machen das Beleuchtungskonzept fertig. Gucken dann, was als nächstes fehlt. Und vielleicht sind wir auch schon in ein paar Folgen durch. Und können endlich unser Sightseeing-Video machen. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir einfach mal wieder irgendwas Schönes, Großes für den Kanal machen. Was meint ihr? Schreibt gerne eure Gedanken wie immer in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ob euch lieb. Und immer liken. Ciao. Ciao. Ciao.